Entschuldigung, wissen Sie schon, was Sie trinken wollen? Äh, wissen... Jein? Mir ist aufgefallen, dass mein Lieblingsdrink hier jetzt nicht wirklich auf der Karte steht. Beziehungsweise, da steht Moskau Mule. Und ich hab jetzt schon in mehreren meiner Lieblingsbars... Annette, du warst dabei, kannst du das bezeugen? In mehreren Bars hab ich jetzt gesehen, dass sie den Drink umbenannt haben von Moskau Mule zu Kiew Mule. Angesichts der aktuellen Situation. Und ich find das halt mega solidarisch. Und solange auf der Karte hier Moskau Mule steht, weiß ich leider nicht, was ich trinken soll. Kann man das noch mal ändern? Bitte doch wenigstens einfach mal kurz durchstreichen und Kiew rüberschreiten, dann werde ich das bestellen. Dann gibt es vielleicht auch ein bisschen Trinken. Überleg's dir gut. Dimitri. Hab ich's richtig ausgesprochen? Dimitri? Bist ja auch einer von da, oder? Kannst du bestimmt... Weißt du bestimmt, wie man Kiew schreibt, ne? Den haben wir jetzt gezeigt, Annette. Check. Wir retten die Welt. Ja!